Hi ihr Lieben, ich bin Jeremy. Ich grüße euch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich habe was total Dämliches gemacht, ja. Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance. Das ist lächerlich, das ist absolut eine Lüge. Trembolo und Acetat, Kingstar Flow, krasse Arme, 365 Tage, Massephase. Kipp dich stepp im Pusher-Shoot ins Fitness-Center. Tekan-Banger-Testo, denn das macht die Arme breit, wie auf dem Zuckerhut, das Christus-Denkmal. Seh dich bei Medfit und zerstampft, da dein Toyface im Anfang... Zunächst einmal hätte ich mehr Risiko eingegangen. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie viele Dinge wir alle tun können. Sei es ein Mädel anzusprechen, sei es nach einer bestimmten Sache zu fragen, sei es gar nicht nach einer bestimmten Sache zu fragen, weil du dann ein Nein hörst und dann kannst du diese Sache nicht tun. Haben Sie eine Macke oder was? Entschuldigung, aber das ist ja wohl lächerlich, ey. Ich würde sowas niemals tun. Kommt ihr mit dem Druck klar oder nicht? Das ist mit Abstand mein absolutes Lieblingsprodukt, wenn es darum geht, im Intimbereich frisch zu riechen. So, ich schreibe aus dem Pain, aber wenn ich wirklich auf die Toilette gehe, dann sage ich... Ich muss wirklich auf die Toilette gehen und dann... Ich mache das. Also, ich muss wirklich jetzt gehen. Dann auch an dir, okay? Relax, alles gut, der Typ hat's im Griff. Sie hat so eine außerordentlich deutliche Aussprache, das ist total angenehm, das zu hören. Ich benutze dieses Auto und das kann ich euch auch empfehlen, falls ihr soweit seid. Nicht dazu, um Spaß zu haben, sondern es ist ein reines Arbeitsauto. Ihr fahrt damit zur Arbeit, im Prinzip ist alles gleich und ihr kauft das Auto in erster Linie für euch und für euer Herz, dass ihr wisst, okay, zieht ihr mal rein, was alles möglich ist im Leben. Wie geil ist das? Das ist geil, Leute. Boah, ist das geil, Leute. Ich liebe es, man. Hey, ich bin vom TÜV und ich würde gerne deine Hupen testen. Ich habe nur eine. Nein, ich bin vom TÜV und ich würde gerne deine Hupen testen. Arbeite von morgens bis abends. Arbeite von morgens bis abends. Das heißt nicht, dass du nicht zwischendurch auf Toilette gehen darfst oder was essen darfst, aber dein Herz wird dir schon sagen, okay, das ist cool, das machen wir jetzt. Aber grundsätzlich gibt es für dich nichts anderes im Leben als zu arbeiten. Das solltest du wissen. 99 Prozent, die nicht auf den Affiliate Link klicken, sind richtige Fotzen, Weicheier und Lutscher, okay?